Hallo liebes Publikum, wir sind jetzt bei einem sehr spannenden Talk, nämlich für alle, für die 0 und 1 ein bisschen langweilig geworden ist und wo man gern so ein bisschen was mehr noch dazwischen hätte, weil irgendwie 0 und 1, ich meine, hey, das hat sich ausgelutscht, haben wir jetzt Sven Köppel, der uns etwas über, wie hacken wir analoge Computer hält, beziehungsweise dem offiziellen Titel, der wieder ein bisschen langweiliger ist, kontinuierliche Computer, die Rechnerarchitektur der Zukunft. Viel Spaß mit Sven Köppel. Ja, hallo, danke, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich spreche heute über was, das ist irgendwie schon so im Publikum mal da, da steht es auch nochmal analog, steht schon drin und trotzdem habe ich Ihnen einen anderen Titel gegeben und Hacken ist jetzt auch noch dazugekommen. Mal gucken, worüber wir heute alle sprechen können, wofür die Zeit reicht. Ich hoffe, ihr hattet bislang eine schöne GPN. Es ist ja super spannend, was es für tolle Projekte hier gibt und was man alles sieht und es dreht sich ja von vorne bis hinten eigentlich immer um Digitalisierung, um digitale Datenverarbeitung und alles, was wir mit Computern machen können. Und ja, was ist das Digitale? Es ist eben am Ende des Tages immer das Rechnen mit Zahlen, digital, 001, binär, tralala, beziehungsweise so der Archetyp hier, ASCII, dass letztlich der Rechner halt immer mit Zahlen rechnet und alles andere sind Symbole. Also das H ist zum Beispiel ein Symbol und das E auch und das Leerzeichen hier ist auch ein Symbol. Und letztlich Symbole oder quasi Platzhalter für irgendwelche komplexeren Sachen, Bilder oder so, die kodiert werden in Zahlen. Ich glaube, das muss ich dem Publikum hier nicht erklären. Der Punkt ist, diese Zahlen sind immer diskret. Die sind immer, es ist halt immer nur eine, also es hat sich in Ziffern runtergebrochen. Also entweder die Ziffer ist da oder sie ist nicht da, sie hat einen Wert, aber man kann nicht irgendwie einen Teil von der Ziffer oder irgendwas darstellen. Und ein unglaubliches, ja, wenn man sagt, das Ergebnis von Jahrzehnten von Softwareentwicklung und Softwarearchitekturen ist das halt irgendwie so weit zu abstrahieren, zu verschleien, dass wir das halt de facto diesen Kontinuumsübergang schaffen. Und wenn man sich jetzt irgendwas auf dem Computer anschaut, so eine schöne Linie hier, oh toll, Sinus, dann sieht das einfach smooth und sauber aus. Und ja, klar, der Computer kriegt das ja irgendwie hin. Dass der Computer natürlich in Wirklichkeit hier irgendwie 50 Stützpunkte hinlegt und dazwischen dann interpoliert und das halt dann algorithmisch mit beliebiger Genauigkeit auch ausrechnen kann, steht dann auf einer anderen Seite. Also auf einem Level von Datenverarbeitung allerdings, also nach dem Motto Datenakquise zum Beispiel oder Messwerteverarbeitung, also wenn ich jetzt wirklich von Daten spreche, sondern im reinen Sinne, dann sind Daten und bleiben Daten eigentlich immer das, was hier auf diesen roten Punkten dargestellt ist. Also sie bleiben immer diskret. Und da kann man jetzt ein bisschen picky sein und sagen, ja gut, aber dieser Sinus ist ja doch irgendwie ganz da. Man kann natürlich auch den Sinus als Symbol als solches verstehen. Man kann ja über den Sinus sprechen, der Sinus und über den Sinus diskutieren und ihn einfach als Platzhalter nehmen. Aber in dem Moment, wo man ihn auswertet, wird er eben diskret. Also alles, was ich auf einem Digitalkomputer verarbeite, ist und bleibt diskret. Es sind wirklich immer am Ende des Tages Nullen und Einsen. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen auf Signalverarbeitungsebene macht oder so ein bisschen so in die Elektrotechnik geht, dann kennt man vielleicht, hat das schon mal jemand gesehen, dieses Bild, so Darstellung von Zeitauflösung, die diskret oder kontinuierlich sein kann, Werteauflösung diskret oder kontinuierlich. Wo wir bei den Digitalkomputern sind, ist immer hier unten rechts. Also wir sind hier quasi bei diskret aufgelösten Werten. Zahlen sind eben mit Ziffern dargestellt und diskret aufgelöster Zeit. Also das ist vor allem der Takt in unserem Digitalkomputer, der eben immer, inzwischen diesen Takten passiert halt im Level der Informationsverarbeitung nichts. Und das andere Extrem, das ist hier oben links dargestellt, das ist so das, wie sich viele die Wirklichkeit vorstellen, kontinuierliche Zeit, kontinuierlicher Wert und ja, ob das so ist, kann man jetzt so in Richtung Quantenmechanik auch natürlich in Frage stellen, aber da gehe ich jetzt heute mal an der Stelle nicht drauf ein. Wenn wir jetzt mal so ganz plakativ sagen, okay gut, was ist denn, wie stellt man das dar? Ja, nur auf der einen Seite, früher hatten wir zum Beispiel, also wir, unsere Vorfahren, die so Telefonanlagen, wo eben tatsächlich umgeswitcht wurde und dann bestand eine End-zu-Ende-Verbindung, wo man quasi wirklich zwei Telefone an verschiedenen Orten in der Stadt, in Deutschland oder vielleicht sogar weltweit, miteinander verbunden waren. Das war wirklich kontinuierliche Zeit, kontinuierlicher Wert, der da übertragen wurde zwischen diesen Telefonen. Und ein Riesenerfolg des Internets ist es ja letztlich, dass wir geswitchte Netzwerke haben, dass wir nicht mehr sowas haben, wo man irgendwie nur End-zu-End-Verbindungen ermöglichen kann, sondern Netzwerktipologien, wo es Cross-Barrier-Arrays gibt, die auch geschaltet werden und wo ich quasi komplexe Netzwerkstrukturen ermöglichen kann und eben nicht immer zur gleichen Zeit mit irgendeiner Person spreche, wo ich auch datenpaketorientiert übertrage. Und das ist ja letztlich quasi der Übergang vom Telefonnetz zum Internet. Und worüber ich heute mit euch sprechen will, ist eben die Tatsache, dass diese ganze schöne Welt des Digitalen, die uns das alles gebracht hat und die wunderbar ist und die ich euch abschaffen will, früher oder später zu was ziemlich Problematischem führt. Jetzt habe ich das so ein bisschen plakativ mit Klimawandel dargestellt, aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir in verschiedener Hinsicht auf eine Wand zufahren. Das klingt so ein bisschen überdramatisierend und ich will das jetzt auch heute ein bisschen einordnen, aber im Grunde genommen hat diese digitale Informationsverarbeitung, kann nicht in der Weise weiter wachsen, wie sie wachsen soll und wird uns nicht in der Weise weiter Fortschritte in der Hardware und Software ermöglichen, wie es bislang der Fall war. Und wir brauchen stattdessen eben andere Paradigme. Na ja, zunächst möchte ich aber darauf eingehen, wo ist denn nun das Problem im Kern eigentlich da? Und das ist ganz banal gesagt, warum wird eigentlich mein Handy heiß? Und das hat ganz verschiedene Gründe, aber auf dem Level, auf so einem theoretischen Level der Informationsverarbeitung ist es eben so, dass Informationsverarbeitung Energie benötigt und zwar sehr wenig Energie tatsächlich. Also ein einziges Bit zu switchen sozusagen im theoretischen Limit braucht 10 hoch minus 20 Joule. Das sind da so eine Zahl, wo man eine Null und dann 20 Nullen und dann irgendwann kommt erst eine Eins oder hier in dem Fall eine Drei. Also eigentlich, was ja theoretisch sehr weit weg zu sein scheint. Jetzt ist es natürlich so, dass wir ja Gigabyte, Terabyte, das ist ja viele Zehnerpotenzen von Bits verarbeiten. Also kann man sich vorstellen, dass das vielleicht doch mal relevant wird. Aber eine Sache, die hier dargestellt ist, ist eben, wir haben halt letztlich auch bei sowas wie CMOS-Bausteinen immer Leckströme, Dinge, die halt nochmal on top kommen, die sich auch da nicht weg, ja wie sagt man, durch technologischen Fortschritt wegdiskutieren oder wegwickeln lassen. Beispielsweise, wenn man mal so einen Schaltkreis, das Schalten selber, in dem Moment, wo ich wirklich ein Bit ein- oder ausmache, dann kann man sich das vorstellen, als ob ich hier jetzt ein traditionelles Schaltkreis hier auf CMOS, ob ich wirklich einen Schalter auf und zu mache. Und jedes Mal entlade ich de facto entweder hier einen Ohmschuhwiderstand oder eine Kapazität. Und im ohmschuhwiderstand ist es klar, da entsteht Wärme direkt. Und bei der Kapazität entsteht Wärme zum Beispiel durch sowas wie parasitäre Widerstände. Und das sind die Gründe, warum CPUs warm werden. Und warum wir diese fetten Kühlkörper auf unseren Zentralprozessoren haben, um die abzuführen. Weil da Ströme sind, die man eigentlich gerne nicht hätte. Und das Verrückte ist, was ich gerade sagte mit dem Landdauerlimit, das Ganze wird im Prinzip in ein paar Jahren ad absurdum laufen. Also als ich dieses Bild hier das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das ist ja seltsam. Wir sind jetzt irgendwie bei 2022. Und das heißt also, mit so einem aktuellen System, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich verarbeite immer mehr Bit, also das ist ja hier exponentiell steigend in dieser logarithmischen Darstellung, dann bin ich in zehn Jahren eigentlich so weit, dass ich mit dem alleinigen Energieverbrauch durch IT-Systeme den kompletten globalen Energieverbrauch sprenge. Also kriegen wir irgendwie nicht so ganz hin, oder? Also es ist eben schon heute so, dass es gibt so ein paar Zahlen, die man sich ganz gut merken kann. Zum Beispiel, dass der IT-Sektor genauso viel CO2 ausstößt, der globale wie der globale Luftverkehr. Oder hier mit den sieben Prozent beispielsweise. Es ist also durchaus realistisch, dass allein so etwas wie in Zeiten von Corona, wir haben das mitbekommen die letzten zwei Jahre, dass einfach steigende Informationsverarbeitung auch dazu führt, dass diese Zahl immer größer wird. Jetzt kann man das natürlich verbessern, dadurch, dass wir technologisch irgendwie dann vielleicht doch mal ziehen mussten, hinter uns lassen und was Besseres erfinden oder was auch immer. Da kann man so ein paar Größenordnungen gewinnen. Das wird sich dann hier hinten in so ein paar Jahren erweitern. Kommen wir dann von 2035 bis 2045. Okay, kann sich jeder ausrechnen, wie alt er bis dahin ist. Ja, und irgendwo haben wir dann dieses theoretische Limit, das kann man eben aus thermodynamischen Limites herleiten. Da sind wir dann vielleicht bei 2060, was weiß ich, ein bisschen weiter hinten, aber immer noch erstaunlich greifbar nah. Ja, also mein Gesetz des Falles, dass das jetzt stimmt, müssen wir ja handeln und das Handeln ist, wir wollen weniger Energie verbrauchen und hier ist direkt die Korrelation zum Informationsverbrauch, also müssen wir weniger Bit verbrauchen. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, wir wollen ja eigentlich rechnen, rechnen macht Spaß und rechnen ist auch für viele Sachen wichtig und da will ich schon mal vorgreifen, es gibt ja einen Rechner, es gibt ja sehr viele Rechner in diesem Raum, hier sehe ich, naja, ich sehe sie nicht, aber ich sehe die Stirn und dahinter sind sie und ganz, ganz vielen Rechnern. Unsere Gehirne, die brauchen alle unglaublich wenig Strom und Energie, 20 Watt ungefähr, sagt man, für ein Gehirn und haben eine Rechner, die unsere Computer jetzt bekannterweise im autonomen Fahren beispielsweise in anderen KI-Anwendungen noch bei Weitem nicht erreichen. Also effizientes Rechnen ist möglich. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Naja, eine Sache, auch hier, das Wort steckt hier schon wieder drin, wir müssen Informationen vermutlich anders verarbeiten, als wir es jetzt machen. Und beispielsweise, ich hatte das Gehirn jetzt gerade schon genannt, und es ist so, dass im Gehirn ein Sign-to-Royce-Ratio oder die Auflösung in Bits, in effektiven Bits, sehr viel geringer ist, als das, womit wir rechnen, typischerweise in Computern. Und hier auf der X-Achse ist aufgetragen, was man eben, letztlich ist das in beliebigen Einheiten, wie viele Bits verarbeitet werden pro Informationskanal und auf der Y-Achse ist jetzt hier in ebenfalls beliebigen Einheiten, was das nun mal für Leistung, für Energie verbraucht. Und man sieht einfach, dass digital sehr gut wird, und zwar unschlagbar gut wird, wenn man sehr akkurat Dinge versucht darzustellen, aber analoge Informationsverarbeitung in Größenordnung weniger Energie benötigt, wenn man Informationen nicht so akkurat darstellt und wenn man Informationen ein bisschen weniger gut aufgelöst darstellt, beziehungsweise erheblich weniger gut aufgelöst. Und das ist was, wo wir wahrscheinlich hin müssen. So, jetzt habe ich das teuflische Wort analog ja doch gesagt. Jetzt bute ich mal kurz meinen Windows-95-Rechner und gucke nach, was ist jetzt eigentlich dieser Analog-Computer, von dem dieser Kerl da gerade spricht. Ja, ich weiß, Windows XP, sorry. Dann finde ich das hier, Analog-Computer, das ist doch das mit den vielen Löchern und Kabeln und irgendwie hat man schon mal gesehen. Also, Retro-Thing sehe ich hier und sowas. Ja, das wollen wir wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube, da sind wir uns sicher, wenn wir jetzt zurückgehen ins Hackcenter, es ist doch deutlich schöner unsere ganze digitale Welt. Wer sowas noch benutzt, dann gibt es sicher noch die Autophilen, die finden zuweilen dann analoge elektronische Musik und sowas ganz interessant, aber das ist was, wo wir nicht hinwollen. Um zu zeigen, was meine Perspektive ist, müssen wir vielleicht erst noch mal ein bisschen ausholen hinsichtlich, was ist denn jetzt nun das Problem mit unserer digitalen Informationsverarbeitung. Also, warum ist eigentlich ein fundamentales Problem? Ich habe jetzt gerade so ein energetisches genannt, aber da kann man ja sagen, okay, so ähnlich wie mit Autofahren, ich fahre jetzt erst mal noch mal ein bisschen weiter Auto mit meinem Verbrenner und dann gucken wir mal. Es ist aber eigentlich noch viel schlimmer. Hier ist ein Plot, der unter anderem eine Sache darstellt, die man immer so hört, so im sozialen Netzwerken, dass Moore's Law doch nicht mehr stimmt. Moore's Law ist ja jetzt vorbei und jetzt kommt ja irgendwas anderes. Tatsächlich ist Moore's Law immer noch genauso gut da wie vor 40, 50 Jahren. Also das ist ja die Aussage, dass die Anzahl der Transistoren sich innerhalb von einer gefexten Zeitspanne verdoppelt und also ein exponentielles Gesetz vorliegt und das ist bis zum heutigen Tag noch sehr gut da. Wir sehen es beispielsweise in Speichern. Speicher werden immer, kannst immer mehr speichern auf einem Chip. Die Dichte nimmt immer weiter zu. Es funktioniert nach wie vor. Was aber nicht funktioniert, ist, dass unsere Computer schneller werden. Und das ist wahrscheinlich jedem aufgefallen, der hier in den letzten zehn Jahren mal einen neuen Computer gekauft hat. Ich rede hier von Laptops oder einem Personalkomputer. Die Frequenz ist seit mindestens 10, eher 20 Jahren fast konstant geblieben. Die Single Thread Performance ist fast konstant geblieben. Interessanterweise die Anzahl der typischen Energieverbraucher ist auch fast konstant geblieben. Was hingegen weiterhin gewachsen ist, das ist die Anzahl der logischen Kerne, also des Multi-Threadings, was wir mittlerweile verbauen in Prozessoren. Und was sich hinter diesen Zahlen verbirgt, das sind verschiedene, die haben verschiedene Namen, diese Phänomene. Das eine ist die Energiebarriere beispielsweise, dass die Leistungsaufnahme pro Quadratzentimeter auf einem Chip so groß wird, an Temperaturen, die dort entwickelt werden, so groß sind, dass es einfach nicht mehr möglich ist, die abzukühlen, die wegzubringen. Und dass man deswegen auch nicht mehr in der Lage ist, das noch weiter einzuheizen. Weil da gibt es natürlich wiederum Leute, die dann anfangen mit Flüssigkühlung und weiß ich nicht was. Aber auf jetzt so traditionellen Systemen, wie wir sie in unseren Hosentaschen tragen, wird das eben immer schwieriger. Und das hängt letztlich mit der Tatsache zusammen, dass der Energieverbrauch und Leistungsverbrauch quadratisch geht zu der Frequenz von dem Takt, also letztlich der Takt des Prozessors. Das heißt, das ist der Grund, warum wir jetzt so bei drei Gigahertz ungefähr rumhängen und da im Prinzip nicht mehr groß weiterkommen. Aber nach wie vor, jetzt wird ja wohl doch jeder im Raum zustimmen, es gibt ja Fortschritte. Es ist ja nicht so, dass sich die letzten 20 Jahre nichts getan hätte und dass heute so eine alte Windows-Gurke und Aldi genauso gut wäre wie jetzt ein neuer Rechner. Na gut, klar gibt es Fortschritte. Wir erleben nach wie vor eine Miniatarisierung, dass die Größenskalen von Transistoren immer geringer werden. Zuletzt hatte ich, glaube ich, von zwei Nanometer oder vier Nanometern gelesen, also wirklich Bereiche, in denen man schon längst in einem Bereich ist von Quantenmechanik, aber trotzdem schaffen wir es da, klassische Gesetzmäßigkeiten zu kontrollieren und wirklich vorhersagbare Digitalrechner zu bauen. Der Punkt ist halt, na wie vor, wir entwickeln uns eigentlich hier immer weiter hoch. Also wir wollen eigentlich schnellere Rechner, weil halt Single Thread Performance der Gold Standard ist und gleichzeitig wird die Energiedichte halt doch irgendwie nochmal ein bisschen hoch treiben. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wo wir eigentlich hin müssen, ist das genaue Gegenteil. Wir müssen eigentlich darunter, das menschliche Gehirn, dass das eigentlich erstaunlich langsam ist, wenn man dem mal sowas wie einen Takt zuorten kann. Da gibt es verschiedene Ansätze und was eben echt sehr wenig Energie benötigt. Und ich habe es dir geschrieben, es ist möglich, Fortschritte zu machen, aber sie werden einfach teuer, sie sind irgendwann unverhältnismäßig. Anderer Punkt, ich habe es gerade gesagt, Parallelprocessing ist so ein Ding, klar, funktioniert auch, funktioniert allerdings nur bis zu einem gewissen Level. Es gibt auch da einen relativ einfachen Zusammenhang an das Gesetz natürlich, da kann man quasi aus dem seriellen Teil von dem Programm ableiten, wie gut sich der parallelisieren lässt. Und das ist erschreckend, die Ergebnisse. Also ich habe hier mal ein Beispiel gemacht, wenn man irgendwo, man kann sich das auch hier ablesen, also wenn der Teil, der Parallelteil nicht irgendwie im 999,9 Bereich ist, dann ist der Speedup echt sehr gering, wenn man dann viel mehr Ressourcen daneben stellt. Und das ist unter anderem der Grund, warum eure 30-Kern-Handys in der Hosentasche nicht 30-mal schneller sind, als ein ein-Kern-Handy. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Also wir haben eine Energiebarriere, wir haben ein Amt als Gesetz und eine Sache, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe, ist dieser von Neumann-Flaschenhals, die Tatsache, dass im Prinzip die jetzige Computerarchitektur auch dadurch begrenzt ist, dass der Datenbus zwischen Speicher und CPU letztlich ein Flaschenhals darstellt. Also wir kriegen die Daten nicht schnell gedruckt in die CPU geschoben, um die zu verarbeiten. Und das ist, das denke ich mir nicht aus, da gibt es nachbelegbare Zahlen im Bereich von KI beispielsweise, wo 60 Prozent des Zeit-Energieaufwanders da verloren gehen, an dieser Stelle. Weil wir nämlich die Notengewichte in unseren künstlichen Neumann-Netzen nicht rechtzeitig oder nicht schnell genug in die Verarbeitung kriegen, wo sie stattfindet im CPU. Und natürlich gibt es auch Möglichkeiten, im Digitalen sich hier weiter zu entwickeln. Ich meine, diese Architektur hier ist nicht in Stein gemeißelt. Es gibt seit Jahrzehnten andere Dinge, beispielsweise GPUs, Stream-orientierte Prozessoren, Vektor-Prozessoren, die ein grundsätzlich anderes Layout haben und auch sehr effizient funktionieren. Oder beispielsweise FPGA, Field Programmable Gate Arrays, wo man mit programmierbarer Logik die Möglichkeit hat, überhaupt ganz eigene Computerarchitekturen zu entwickeln, die beispielsweise so ein Streaming-System beinhalten. Was man damit schafft, ist, man kann grundsätzlich mehr Parallelisierung implementieren, wenn man das mit anders Gesetz hinbekommt. Okay, was man nicht schafft, ist die Energiebarriere, beziehungsweise den Takt. Also diese Systeme sind eben nach wie vor in unserem Diagramm, wo wir vorhin waren, digital in der Wertedarstellung, voll diskret. Und das heißt, wenn man da eben jedes Mal Schalterchen umlegen muss, hat man eben immer wieder diese Abwärmeprobleme. Die Verarbeitung von Informationen kostet eben wirklich Energie. Und deswegen, mein Plädoyer, wir müssen halt weg vom Digitalen, so leid mir es tut. Schönes Digital, und ich will auch jetzt nicht die Digitalisierung in Abrede stellen. Im Gegenteil, wir wollen ja weiter digitalisieren, aber wir wollen es in einer Art und Weise, dass Wachstum möglich ist. Wir wollen ja noch mehr KI, aber dann muss die KI auch das liefern, was sie liefern kann und soll. Und ich bin nicht der Einzige, der diese Vorschläge hat. Es gibt einen ganzen Bereich, einen ganzen wissenschaftlichen Bereich, nennt sich exotische Rechnerarchitektur, exotic computing. Und da gibt es ganz viele Ansätze. Beispielsweise gibt es Quantencomputing, ist so das Ding, ist ja auch ein Quantencomputer dargestellt. Das ist ja mittlerweile auch ein sehr großer Bereich, wo ganz viele Leute dann forschen. Fundamental andere Konzepte, man nutzt die Möglichkeiten und die Gesetzmäßigkeiten des Quantencomputings, Überlagerung oder Verschränkung. Okay, wenn man nicht ganz so fancy ist, wäre man jetzt zum Beispiel im Bereich von Sventronik oder photonisches Rechnen. Das geht so in die Richtung, dass man nochmal ein paar mehr quantenmechanische Eigenschaften ausnutzt, aber tatsächlich klassische Logik implementiert. Ist ein Stück einfacher, wenn man so einen Informatik-Background hat und sich nicht grundsätzlich komplett neu umorientieren muss. Kann man also, wie gesagt, klassisch und vorhersagbar programmieren. Dann hatte ich ja gerade schon viel über das Gehirn gesprochen. Das Ganze entfasst man oft gerne zusammen unter dem Begriff Neuromorphic Computing, also letztlich so ein bisschen Bioengineering. Ich baue einen Computer so wie das menschliche Gehirn. Idealerweise Vermengung von Speicher- und Recheneinheiten. Der läuft unter dem Begriff Computational Memory wird dann auch wieder gerne von solchen Dingen wie meinem Restoren, also nochmal Konzepte, die das Ganze auch effizient umsetzen. Gibt es halt noch nicht so richtig. Oder beispielsweise, was über das ich heute reden will, was das verstaubte Rechnersystem von OPA war, was ich vorhin gezeigt habe, das klassische Analogrechnen. Was man halt sagen muss, all diese Dinge haben eigentlich gemeinsam, außer dem klassischen Analogrechnen, dass sie grundsätzlich Grundlagenforschung sind und dass sie grundsätzlich sehr viel auch Materialforschung oder viele Sachen von verschiedenen Disziplinen beheimaten. Und das Verrückte ist, dieses klassische Analogrechnen, was ich hier vorschlage hingegen, ist 50 Jahre alt, ist verstanden und muss eigentlich nur aus dem Schrank holen. Also machen wir das mal. Beziehungsweise, wir haben das gemacht bei uns mit Bernd Ullmann, das ist so der Analogrechner-Papst hier in Deutschland und der hat diesen Rechner hier gebaut. Das ist der Analog Paradigm Model 1. Und das ist ein nach traditionellen Maßstäben mit Patchkabeln und allem, wie man das so von Analogrechnen früher kennt, gebauter Rechner, der aber moderne Technologie verwendet, also SMD-Bausteine, höhere Grenzfrequenz und so weiter. Und dieser Rechner, ja, also, was ich dazu sagen muss, namensgebend ist eben nicht die Tatsache, dass da analog Signale verarbeitet werden, also tatsächlich kontinuierliche Zeit- und Wertedarstellung, das, was wir immer so mit analog assoziieren, sondern namensgebend ist tatsächlich die Analogiebildung, die mathematische Analogie. Wir sind ja also hart so in dem Bereich von Modellbildung und Wissenschaftsphilosophie unterwegs, also wir müssen eigentlich immer ein mathematisches Modell finden, was passt zu einer elektronischen Schaltung und finden also quasi letztlich zu einer mathematischen Formulierung dann den elektronischen Schaltkreis. Das Besondere ist, wir machen hier indirekte Analogien, das heißt, wir bauen unsere Analogien aus kleinen Blackboxen nach, dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. So ein Analogrechner ist intrinsisch parallel, das geht gar nicht anders, der ganze Rechner rechnet gleichzeitig zur gleichen Zeit, das ist ein großer Schaltkreis, der ist an und alles läuft. Da gibt es keine Algorithmen, die irgendwie nacheinander intakten irgendwas durchrechnen, sondern es passiert einfach alles gleichzeitig, was da drin läuft. Das ist fundamental anders als in jedem Digitalrechner. Das Ding ist extrem energieeffizient, dadurch, dass halt tatsächlich mit Strom gerechnet wird und nicht dadurch, dass es etwas anderes repräsentiert und man dann eben fixe Einheiten davon, beispielsweise hin und her schickt. Und zu guter Letzt, ich hatte es gerade schon gesagt, kontinuierliche Zeit, kontinuierlicher Wert. Die Abwesenheit von Takt sorgt eben dafür, dass wir hier nicht ständig Energie, quasi Energie sinnlos verbraten, dass wir irgendwie Taktzyklen durch iterieren. Es ist also da an der Stelle eben fundamental anders als mit Digitalprozessoren. Vom Aufbau ist es aber eigentlich recht ähnlich, was jetzt so die Fundamente an den Baustein angeht und zwar den Transistor. Also wenn man sich jetzt einen Transistor nimmt beispielsweise, dann kann man daraus logische Gatter bauen beim Digitalrechnen, hat dann pro Leitung immer ein Bit und das wird dann hin und her transportiert. Daraus kann man dann bolsche Algebra machen, daraus kann man dann arithmetische Rechenelemente machen, da hat man irgendwann eine Alu und dann hat man irgendwann seinen Prozessor und dann fängt ja die Software erst an, die dann anfängt, da zu abstrahieren und ganz tolle Sachen zu machen, die man mit Software eben dann ja High Level entwickeln kann. Im Analogrechnen ist das alles so ein klitzkleines bisschen weniger fancy. Also da baut man aus den Transistoren dann ja letztlich, also erst mal was, dass man auf einer Leitung eben mehrere, also mehr Informationen hat. Eine Leitung trägt nicht nur ein Bit und dann baut man daraus einen Operationsverstärker. Das ist so ein bisschen das Kernbauelement, wenn man verstehen will, wie diese Art von Analogrechnen funktioniert. Die klassischen, dann geht, dreht und sammelt sich das immer um den Operationsverstärker und wir nutzen hier aber letztlich Gesetzmäßigkeiten, die fundamental sind in der Elektronik, also zum Beispiel Kirchhoffsche Gesetze. Die Natur summiert letztlich für uns die Ströme, die hier am SIEM-Punkt reinkommen und der Operationsverstärker, der Puffer dann eigentlich nur noch dagegen, dass dahinter zum Beispiel spannungsgekoppelt Sachen angeschlossen werden können. Und aus diesem Bauelement, das kann eben summieren auf die Art und Weise, kann man auch integrierend benutzen und man kann daraus dann auch mit viel Arbeit ehrlich gesagt Multiplizierer bauen, das ist nochmal eine andere Geschichte und daraus kann man dann Schaltkreise entwickeln, die äquivalent sind zur mathematischen Gleichung. Und die zugrunde liegende Sprache hier, also was ist eigentlich die Sprache von Analogrechnen? Das ist die Sprache der Differenzialrechnung letztlich. Also gewöhnliche Differenzialgleichung, das ist so die Sprache, mit der diese Dinger programmiert werden, in Anführungsstrichen. Das ist, wenn man so will, ist das dann das Analogont, also jetzt nicht mal Analogrechnen, sondern in meinem Wortgebrauch geradezu Turing-Maschinen und sowas. Also Rechenmodellen, die man kennt aus der Digitalwelt. Und es gibt beispielsweise auch von Shannon so eine General Purpose Analog-Computer-Definition, wie man aus wenigen Bausteinen, also einen Konstantengeber hat man da eine Integrierereinheit, eine Addierereinheit und eine Moduliziereinheit als Blackboxen und dass man daraus eben auch eine Stärke bestimmen kann, was für eine Rechenstärke dieser Rechner eigentlich hat. Und es ist eben bemerkenswert, das Einzige, wo hier eigentlich gespeichert wird, also wo hier Information vorgehalten wird, ist beim Integrierer. Das ist der Einzige, der einen Zustand intern hat. Der integriert nämlich einfach das, was bei ihm anliegt über die Zeit. Integration ist sowas in der Summierung nur kontinuierlich und da liegt im Prinzip Information an, aber sie wird eben kontinuierlich verarbeitet. Das heißt eben nicht so wie beim Digitalrechner, wo sich ein Kondensator eben blitzartig entlädt oder auflädt. Und natürlich ist das alles beim Analogrechner jetzt nicht rosig, weil sonst hätten wir die alle und alles wäre analog. Nein, es gibt da auch Probleme. Also ich will ja nicht hier sagen, dass das, den Ding hinter dem Berg hervorhalten. Analogrechner sind prinzipiell einfach relativ ungenau. Das ist sowas, das liegt halt daran, weil bei Analogrechnern die Genauigkeit bestimmt wird dadurch, wie gut die Bauteile sind. Und deswegen sind Analogelektronik eben teuer, wenn man gute Bauelemente kauft und wir kriegen mit dem Model 1 hier beispielsweise sowas wie drei, vier Dezimalstellen hin, also ungefähr ein Prozent relative Genauigkeit. Was man jetzt so philosophisch oder vom Paradigma sehen kann, ist, dass die Messung eigentlich, dass die Rechnung eigentlich so was wie eine Messoperation wird. Das heißt, man präpariert einen elektronischen Schaltkreis auf irgendeine geeignete Art und Weise, setzt da irgendwie Randbedingungen, lässt den laufen und misst währenddessen oder am Ende, was da rauskam. Es ist also prinzipiell anders, als man das bei einem Algorithmus macht, den man beim Computer hat. Ist eher so wie im Quantencomputing, da ist es auch so mit der Messoperation, nur dass es hier halt deterministisch ist. Es gibt nur einen Freiheitsgrad, das ist ein echtes Problem, wenn man das so vom ersten Blick aussieht mit Analogrechnen, die können halt nur in der Zeit integrieren, das ist halt so ein Seitendetail, ein Zeitendetail und eine tatsächlich noch signifikantere Sache ist die Tatsache der Wertedarstellung. Also man kann sich ja vorstellen, dass man auf dem Analogrechner, wenn man wirklich jetzt zum Beispiel in der Spannung einen Wert darstellt, also 5 Volt ist dann die Hälfte von 10 Volt, aber auf so einem Rechner jetzt irgendwie 2 Kilowolt darstellen oder dann plötzlich 2 Megavolt, das wird irgendwo pneumatisch. Kann man sich glaube ich ganz schnell überlegen und gleich sich auch 2 Millivolt nachmessen zu wollen. Man hat halt, also man nennt das so in der Elektrotechnik Bound-in-Bound-out-out-Probleme, dass man halt de facto einen endlichen Intervall rechnet, zum Beispiel plus minus 10 Volt oder sowas oder vielleicht auch ein anderer Pegel plus 5 Volt bis plus 15 Volt und man muss halt überlegen, wie man den Zahntischung damit irgendwie in Kombination bringt. Das muss aber kein Problem sein, weil es tatsächlich viele, viele Anwendungen gibt, zum Beispiel Optimierungsprobleme, die das von Anfang an eingebaut haben, dass sie damit auch umgehen können. Hier zum Beispiel, da habe ich mal auf so einem Model 1 hier eine Quantencomputing-Anwendung nachgerechnet, das nennt man Easing-Problem und da haben wir im Endeffekt gekoppelte Oszillator-Netzwerk. Eine wunderbare Sache, funktioniert ganz toll auf elektronischen Analogrechnern und hat von der Zahlendarstellung a priori überhaupt gar kein Problem. Okay, also mal ein kurzes Beispiel, wie man eigentlich so ein Ding programmiert, jetzt so mit den Blackboxen, ich habe es ja schon gesagt. Sprache ist so die Sprache der Differenzialgleichung, das ist jetzt hier, Y ist ein Signal in der Zeit, Y von T Punkt heißt zweite Ableitung, das ist ein typischer harmonischer Oszillator hier, den schreibt man in geeigneter Weise um und dann wendet man eben so Regeln an, dass man aus der Differenzialgleichung eine Integralgleichung macht, zweimal integrieren, gibt einem diese Integrierer hier, die man hintereinander schaltet, am Ende muss man noch ein Minus machen, das macht man hier mit so einem Summierer, die Dinger haben alle implizite Negationen drin, das am Rande und dann macht man einen Trick, der sich Kelvinscher Substitutionstrick oder sowas, dass man letztlich dann sagt, ich habe hier Y und das ist ja durch die Gleichheit Zeichen das gleiche wie Y Punkt Punkt, dann kann ich einfach sagen, das ist der gleiche Spannungspegel und kriege auf diese Art und Weise einen Schaltkreis, der geschlossen ist und der eben tatsächlich relativ schnell relaxiert zu der richtigen Lösung und dann eben sich auch richtig in der Zeit entwickelt, das heißt, was rauskommt, ist dann eben auch tatsächlich ein Sinus, wenn man es auf Oszilloskop legt, irgendwo dann hier sein Messgerät dran hält und gegen Ground misst und man kann das natürlich jetzt auch ein bisschen genauer machen mit Anfangswerten oder wie auch immer, dann kriegt man, das ist so die typische Sprache, in der wir diese Schaltpläne hinzeichnen, man sieht ja, dass es ein bisschen anders aussieht in diesen Blackboxen als sonst mit Schaltplänen, wo man jetzt wirklich noch in Ground sehen würde und sowas, aber das springt jetzt hier an der Stelle den Rahmen. Worauf ich eigentlich eingehen möchte ist, wofür ist das Ganze denn jetzt nun gut? Ich habe ja so ein paar Beispiele genannt, gerade auch schon mal so ein bisschen Quantencomputing erwähnt und das Gehirn und das sind eben alles die Sachen, wo man mit Analogrechnern sehr weit kommen kann. Erstmal das erste Beispiel, Gehirn. Also prinzipiell ist jetzt die Frage, ist das Gehirn jetzt digital oder analog? Na gut, es gibt zumindest erstmal die Beobachtung, dass es im Gehirn gewisse, also dass es sich eher so verhält wie ein Analogrechner mit einer hohen Vernetzung, mit einfachen Rechenelementen im Gehirn, den Neuronen, die wenig Informationen verarbeiten, die das komplett parallel machen, die irgendwie so was wie Spannungsgekoppelt sind. Viele ähnliche Eigenschaften zu dem, was Analogrechner machen. Es gibt beispielsweise nur eine Möglichkeit, wie man neuronale Netze zum Beispiel auf Analogrechnern darstellen kann mithilfe von elektronischen Neuronen. Das geht zurück auf, ich glaube in den 60er Jahren wurden schon solche Neuronenmodelle in Elektronen in den Schaltkreisen nachgebaut und auch überlegt, ob man sowas auf Analogrechnern machen kann. Und das ist aber tatsächlich nicht das Einzige. Also es gibt auch ganz viele Ansätze, wie man dann eben neuromorphische Computerarchitekturen entwickeln kann, die halt tatsächlich analog im Kern sind. Wofür ist es interessant? Natürlich, dass wir sehr große neuronale Netze auf Analogrechnern effizient lösen können und zwar welche, die wir auf Digitalrechnern eben nicht in der Geschwindigkeit oder mit dem Energy-Budget hinbekommen. Und es gibt tatsächlich Anwendungen von Firmen, beispielsweise und auch Arbeitsgruppen und Universitäten, die sowas machen. Ein Beispiel ist die amerikanische Firma Mythic AI, die hat zum Beispiel einen Chip entwickelt, der hat 600 Millionen künstliche Neuronen in dieser Art und Weise, in so einer Floating-Gate-Bauweise, quasi in Memory-Computing gebaut und es funktioniert. Und es ist schnell und es braucht wenig Energie. Also es passiert de facto schon, was ich hier erzähle. Ein anderes Beispiel ist Quantencomputing. Habe ich ja ein bisschen erzählt, es wäre so alleine für sich ein Vortrag, für sich jetzt über das Quantencomputing zu sprechen. Also funktioniert ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, da braucht man dann Verschränkungen, hat eben grundsätzlich, ich sage es anders, was steht denn hier? Es steht nichts, okay, ich improvisiere. Also es gibt drei fundamentale Eigenschaften bei Quantencomputing. Das eine ist Überlagerung, also Superposition, weil die zugrunde liegenden Gleichungen der Quantenmechanik linear sind. Das andere ist Verschränkung und das ist eben sowas wie die Tatsache, dass ich bei einem Messprozess, wo ich einen Kollaps von der Wellenfunktion habe, eben instantan auch weiß, was die Belegung von anderen Quantenvariablen ist. Und das dritte, was man jetzt in dem Bunde nennen könnte, wäre beispielsweise instantane Fernwirkung. Geht in die ähnliche Richtung. Ich glaube, ich habe es vergessen. Ist aber nicht so wichtig, denn Analogrechner können eigentlich alles außer verschränken. Und ein schönes Beispiel, wo man Analogrechner benutzen kann, ich hatte es ja gerade schon genannt, ist zum Beispiel im Bereich von adiabatischen Quantencomputern. Die adiabatische Simulation zur Lösung von Optimierungsproblemen kommt eigentlich aus der algorithmischen Entwicklung von klassischen Rechnertechniken aus den 60er Jahren und kann man aber sehr gut analog machen, weil man da eben nicht diese ganzen Probleme hat, dass es von einem algorithmischen Ansatz, einem speicherbasierten Ansatz, und ich hatte vorhin einen Rechner gezeigt, der das kann, läuft unter dem Stichwort Annealer und der Vorteil, wenn wir Annealing machen, im klassischen, also im simulateden Annealing ist, wir haben echte Qubits quasi, also ideale Qubits, wo wir nicht irgendwie Fehlerkorrekturen machen müssen. Wir können viele davon machen, wir haben nicht die Begrenzung durch ein Quantenvolumen, alle diese Probleme, die man hat auf Quantencomputing, wo es eben bislang, also es gibt ja viele Skeptiker, die zum Beispiel der Meinung sind, dass diese Annealing-Maschinen von D-Wave in Wirklichkeit eigentlich nur klassische Analogrechner sind, weil sie es halt nicht schaffen, die quantenmechanischen Eigenschaften über den erforderlichen Zeitraum aufrecht zu erhalten. Also deswegen mein Claim hier, Analogrechnen kann schon sehr viel hinsichtlich Quantencomputing. Man könnte sich also tatsächlich überlegen, viele Quantenalgorithmen, die keine Verschränkung benötigen, davon gibt es einige, auf klassischen Analogrechnern zu machen. Es ist ganz verrückt, das ist im Zuge der Quantencomputingentwicklung einfach vergessen worden, wenn ich das mal so plump behaupte, dass es mal so etwas wie Analogrechnen gab. Wir machen das jetzt in Ulm, hier in Baden-Württemberg, zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, dass wir in einer großen Initiative zum Thema Quantencomputing von der Bundesregierung Analogrechner entwickeln. Klassische Analogrechner, keine Quantenanalogrechner, sondern klassische, weil wir, und das wurde uns geglaubt, eben, mit den Analogrechnern viel können. Wir müssen es beweisen, wir sprechen uns ein paar Jahre noch mal wieder. Aber es gibt noch mehr. Also zum Beispiel die Frage, was können Analogrechner jetzt auf so einem komplexitätstheoretischen Level? Also ich hatte es ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, es gibt eben Leute, die das glauben, zum Beispiel Haber-Siegelmann, das glaube ich, an irgendeiner amerikanischen E-Wi-League-Universität, die der Meinung ist, als Analogrechner prinzipiell einer anderen, also klassische Analogrechner, demnistische Analogrechner, einer anderen Komplexitätstheorie angehören als Digitalrechner und sich damit irgendwo auf halbem Weg zu der Rechnern Fähigkeiten von Quantencomputern beispielsweise bewegen. Was interessant sein könnte für solche Probleme, für Verschlüsselungsknacken, wenn ich das jetzt mal so dumm sage. Wir nähern uns langsam mit dem Thema Hacken, ich merke es. Also es könnte jetzt sagen, was kann man mit dem Analogrechner hacken? Ja, vielleicht. Es gibt auch tatsächlich ganz interessante Märkte so aus der Ingenieursecke heraus. Also zum Beispiel kann ich mit Analogrechnern Rechner bauen, die einfach durch den unglaublich geringen Energieverbrauch, wir reden hier davon, dass wir nicht mehr Mikrokontroller Milliwatt, sondern plötzlich Mikrowatt benötigen oder noch darunter für aktive Rechnungen und dazu eben die hohen Rechengeschwindigkeiten, Internet of Things, der ganze Krams. Also irgendwie in dem Moment, wo man halt kleine Rechnungen lokal machen kann, dann brauche ich sie auch nicht in die Cloud schicken, sondern kann sie eben direkt vor Ort machen und bis hin zu solchen Leuten, die dann meinen, hey, da mache ich auch gleich das Energy Harvesting an Ortenstelle, kriege die Energie, die ich zum Rechnen brauche, da an der Stelle, wo ich rechne. Da gibt es Ideen, da Herzschrittmacher draus zu machen oder Insulinpumpen oder irgendwas für Reifen. Okay. Es gibt sehr viel. Ich habe noch ein bisschen Zeit, ich erzähle einfach noch ein bisschen mehr. Ich habe ja gerade was gesagt zum Model 1. Wir bauen diesen Analogrechner, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das mal durchlesen auf unseren Webseiten. Eine Sache, mit der wir heute hier angekommen sind, ist ein Open Source Rechner. Der heißt The Analog Thing, eigentlich würde man ja nicht Open Source und Open Hardware sagen hier. Das ist eine kleine Version von diesem Rechner, den ich gerade gezeigt habe. der einfach, da wo wir an vielen Stellen versucht haben, so was abzusägen, was halt sonst einfach sehr teuer ist, das ganze Gold zum Beispiel. Und ihr lacht nicht, es ist hier, diese ganzen Stecker sind eigentlich alles so Goldsockel, die das Stück irgendwie zwei, drei Euro kosten und wenn man sie halt weglässt, spart man halt mal eben 100 Euro und dann ist der ganze Rechner halt auch irgendwie plötzlich in der ganzen anderen Größenordnung. Und diesen Rechner, da haben wir auch dabei, da steht da vorne, also davon zwei Stück stehen, die in dem Hackcenter stehen, wo man, wo wir ein Manual geschrieben haben, das liegt auch dabei, wo man mal mit dem Rechner reinkommen kann in das analoge Paradigma, also wirklich ein bisschen patchen kann und gucken kann, wie sich das anfühlt, wie das funktioniert. Das hat jetzt hier zum Beispiel Potentiometer, an dem man drehen kann, da kann man dann eben konstanten Werte einsetzen, hat aber auch Schnittstellen, um in die ganzen Tinkering-Szene zu kommen, also man kann ein Arduino anschließen, ein Raspberry Pi anschließen, einen Hybrid-Controller, Schnittstelle, wo man noch nicht mal eine Pegelwandlung machen muss, wo wir direkt CMOS-Pegel rausgeben und wir geben auch Audio-Pegel raus, man kann da direkt mit einer RCA zum Beispiel dann Adapter an seinem Handy oder Laptop oder sowas, falls man noch eine schöne 3,5 mm Klinkenbuchse hat, reinpacken oder man muss eben sich eine billige Soundkarte kaufen, aber der Punkt ist, Soundkarten gibt es für 20 Euro auch richtig gute, Oszilloskope fangen halt selber bei 300 Euro ungefähr an, wenn sie zumindest einigermaßen taugen und dann, und der Rechner ist halt in so einem größten Segment. Wir wollten also wirklich hier die Einstiegsbarriere möglichst weit senken für Ausbildung, für Lehre, ja, jetzt auch für sowas wie Hacking-Bereich. Jetzt wäre der richtige Moment zu fragen, ob man das Ding hacken kann. Das Witzige ist, dieser Rechner hier ist komplett analog, da ist kein Mikroprozessor drin, da ist tatsächlich, wenn man so will, digital nur die Flusssteuerung drin, also es gibt eben im Betrieb von Analogrechnern, jetzt letztlich im Zusammenhang mit den Integratoren, Betriebsmodi, die steuert man hier unten über so einen Drehschalter, dahinter sind so ein paar digitale ICs, Handvoll, aber ansonsten ist das Ding komplett analog. Ich zeige mal kurz, was so drin ist, was das jetzt so hat, also man kann die eben integrieren, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, was Integratoren sind, eben Handvoll drauf, Summierer sind vier Stück drauf, Inverter, zwei Multiplizierer und ganz viele andere Sachen. Was man halt bedenken muss, bei Analog ist es eben so, dass die Rechenelemente, die man hat, physisch hat, also hier in der Hand halten kann, die nutzt man ja, um seine mathematischen Gleichungen darauf abzubilden. Das heißt, ich kann mit dem Ding hier genau zwei Sachen multiplizieren miteinander. Ich kann nicht irgendwie fünf Multiplikationen, dann brauche ich drei mehr von diesen Dingen an hier. Ich kann damit genau vier Summen bilden. Also muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ich irgendwie auf meinem Laptop oder in meinem Handy irgendwie Python starte, dann kann ich damit deutlich mehr als vier Summen bilden. Aber hier kann ich eben nur vier Summen bilden und da denkt man sich wahrscheinlich sofort, was soll ich denn überhaupt damit? Was kann das denn überhaupt für mich? Und ja, das stimmt, es ist sehr begrenzt. Man kann damit dann zum Beispiel sowas machen wie ein paar Attraktoren zusammenbasteln oder so n, kleiner drei, Körperprobleme lösen oder solche Sachen, also kleine Probleme. Die Benutzung ist dafür eben recht einfach, zumindest bei dem hier mit den Patchkabeln, das ist eben noch die gleiche Idee vom klassischen Analogrechnen mit Patchen und sowas. Aber ich denke, eine Sache, die hier auffällt, ist, das ist ja so, so wie es früher war. Also wir leben jetzt eigentlich die 60er Jahre, juhu, nur nochmal schön und neu und klein und alles, aber eigentlich ist das ja jetzt nicht so wirklich zielführend, oder? Also bis auf die Sachen, die ich vorhin als Motivation nannte, von wegen, dass es prinzipiell besser und toller und sowas ist. Aber was bringt mir das denn, wenn ich mit sehr wenig Energiebedarf einen Attraktor ausrechnen kann? Das interessiert ja eigentlich kein Mensch. Ja, das stimmt natürlich. Und deswegen haben wir, ich habe eine Firma gegründet mit diesem Bernd Ullmann und noch ein paar anderen, das Ziel, diese Technologie, wie man sie zum Beispiel hier in dem We-Energ-Thing sieht, auf einen Mikrochip zu bringen. Und da fällt erst mal direkt eine Sache auf, wie kann ich denn auf meinem Mikrochip jetzt eigentlich die ganzen Patchkabel stecken? Die müssen ja sehr, sehr klein werden, ne? Die Antwort ist natürlich, ja, stimmt. Das machen keine Ameisen, das macht man einfach gar nicht mehr. Im Gegenteil, wir wollen das Ding digital rekonfigurierbar machen. Das heißt, wir machen das Gleiche, was eigentlich die Telefondamen und vielleicht auch Herren in den 40er Jahren gemacht haben, und zwar mithilfe von einem Digitalrechner an dieser Stelle, der dann Verbindungsmatrizen schließt und auf diese Art und Weise das Zusammenstecken von Rechenelementen ermöglicht, zu einer Zeit, bevor die Rechnung läuft. Danach ist die Rechnung konfiguriert, dann drücken wir auf Starten, sie läuft und am Ende misst man die Ergebnisse. Also im Prinzip das Elektronik-Experiment auf einem Mikrochip. Und das Ganze ist ziemlich aufwendig, wir sind da schon eine Weile dran und es ist ganz verrückt, also es ist natürlich durch vielen Gesichtspunkten gar nicht so einfach, zum Beispiel, dass man sich überlegen muss, was will ich denn nun jetzt mit was verbindbar machen, denn alles, was verbindbar sein soll, muss auch vorgesehen verbindbar sein, weil wir nämlich zeitkontinuierlich arbeiten wollen. Das ist ein schönes Beispiel, es gibt zum Beispiel schon einen ähnlichen Chip, das nennt man eben Field Programmable Analog Array, FPAA, hier ist zum Beispiel ein kleines Board von ZRNA, das ist ein Open Source Projekt, die haben einen Analogchip von Anadyme genommen, eben so ein FPAA und daneben steckt hier ein STM32, meine ich, und dann ist hier noch so ein bisschen was, wo man halt hier alle möglichen Ausgänge dranstecken kann und auf diese Art und Weise schon mal ein bisschen Analogrechnung on the Chip ausprobieren kann. Das Schöne bei ZRNA ist, die haben ein richtig cooles Python-Interface, da kann man also sehr high-level dann auch seine Bauteile setzen und miteinander verbinden, das ist allerdings mit Fokus eher so auf Audioverarbeitung und wir haben halt ja doch den General-Purpose-Aspekt, dass wir ja hier wirklich Real-World-Probleme lösen wollen. Eine Sache, die halt dieser Chip jetzt nicht so schön macht, weswegen wir den nicht so sehr mögen, ist, der ist in diesem Diagramm, was ich vorhin gezeigt habe, jetzt müssen wir mal gerade überlegen, wo der ist, der hat kontinuierliche Werte, aber das Krete zeigt, der ist hier, der ist nämlich getaktet, er hat eben doch wieder einen Getakt und der Takt liegt letztlich in der Verbindungsmatrix, wo sie eben die Rechenelemente, also es nicht während der Rechnung schaffen, alle Rechenelemente miteinander zu finden, die verbunden sein sollen, sondern halt dann umkonfigurieren und das ist also so, es ist halt so halbanalog, ich meine die Werte sind zwar schon mal kontinuierlich, aber der Rest ist diskret, das heißt, was sie mit dem Chip insbesondere nicht so richtig gewinnen, ist den geringen Energieverbrauch, zumindest nach unseren Maßstäben. Ich sage immer unser, damit meine ich, wir machen das halt mittlerweile als Firma, weil, ja, Ball sehr teuer ist, Chips herzustellen. Wir sind aber nach wie vor nicht die Ersten, die sind nicht die Ersten, es gab tatsächlich vor sechs Jahren, sechs, sieben Jahren, die im akademischen Bereich, die ersten Entwicklungen, einen modernen Analogrechner nach dem indirekten Analogie-Prinzip als General Purpose Computer auf den Chip zu bringen, da gibt es ganz verrückte Arbeiten von Doktoranden, zum Beispiel Ningguo, der sowas einfach mal durchentwickelt hat während seiner Doktorarbeit und, ja, die haben ihre eigenen Begrenzungen, sind aber super interessante Studien, wenn man sich mal durchlesen will, die sowas funktioniert, die ist auch öffentlich verfügbar. Ich will nochmal kurz erzählen, wie man so ein Ding jetzt eigentlich programmiert, also so ein Chip, wie wir uns das vorstellen, wie man den benutzt. Dazu mache ich jetzt Beispiel, jetzt vorab so ein Hello World aus der Numerik, also aus dem wissenschaftlichen Rechnen, das ist jetzt so ein bisschen, ja, speziell, weil es nicht die Harte ist, was vielleicht für die meisten Leute Programmieren bedeutet, aber exerzieren wir es mal durch. Sagen wir mal, man möchte eine Differenzialgleichung lösen, wir fangen schon damit an, nicht jeder will eine Differenzialgleichung lösen, aber falls wir eine lösen wollten, wäre das unser erster Schritt. Dann würden wir die vielleicht nochmal umschreiben, dann würden wir die diskretisieren, das ist immer der Punkt, also die Kontinuumsphysik oder in anderen Bereichen wird halt immer erst mal durch den Diskretisierer gejagt und dann wird es eben in den ersten Moment eine Approximation, in Zeit und in räumliche Darstellung und so weiter. Außer man Integral ist eine Summe geworden und dann programmiere ich das Ding, weil dann habe ich einen algorithmischen Zugang dazu, dann weiß ich, ich muss die Summe irgendwie ausrechnen, die da steht und wenn ich die Summe ausgerechnet habe, kann ich einen Schritt weiter gehen und ja, hier rechnen, wo ist denn hier eigentlich die Summe, im Prinzip mache ich hier die Summe, genau, in so einer Vorschleife ist auch schön, ich glaube, der Code kompiliert sogar und ja, da sieht man sogar Godbolt, ganz toll, da sieht man ein bisschen Assembler, also funktioniert und dann kann ich mir das auch angucken und ganz, ganz viele Leute, viele, viele Generationen von Doktoranden in den Lebenswissenschaften, in den Naturwissenschaften, in der Theoretischen Physik und andervo verbringen ihre Lebenszeit damit, diesen rechten Teil hier schneller zu machen, also irgendwie dafür zu sagen, dass der algorithmische Teil dann doch nochmal ein bisschen besser funktioniert, parallel funktioniert und so weiter und dann irgendwann lasse ich es halt laufen, werte es aus, dann kriege ich natürlich eine Menge Daten, hier sehen sie wieder sehr kontinuierlich aus, aber es ist ja klar, sie sind diskret, lasst euch nicht täuschen und, ach, das war es, sorry, ja gut, das war es, so, okay, Story, fine, und ab hier übernehmen die Wissenschaftler, weil dann gucken die sich mal an, Wissenschaftlerinnen, gucken sich mal an, wie man den ganzen Kram auswertet und so, ich habe ja jetzt hier ein Computerexperiment gemacht, so, das gleiche, so wie es hier steht, kann man jetzt eben auf dem 1 zu 1 auf dem Analogrechner abbilden, ich habe ja gerade schon gesagt, das ist jetzt ein bisschen speziell, weil es hier für das Beispiel, dass ich eine Differenzialgleichung lösen will, ist, jetzt habe ich überlegt, nehme ich mal, motiviere ich das ein bisschen, warum sind Differenzialgleichungen interessant, eigentlich wollte ich jetzt an der Stelle erzählen, dass ja letzte Woche zum Beispiel dieses schwarze Loch gemessen wurde, im Zentrum unserer Milchstraße, was nur ging, weil ganz viele Leute Differenzialgleichungen lösen, mit denen sie, also zum Beispiel einsteinische Gleichung, mit denen sie eben simulieren, wie so eine Raumzeit aussieht, aber es gibt unglaublich viele Beispiele, wo man Differenzialgleichungen gerne lösen möchte. Gut, es ist trotzdem jetzt hier erstmal ein tolles Beispiel. Wie sieht es jetzt analog aus? Ich fange genauso an, ich habe die gleiche Differenzialgleichung, dann mache ich im Prinzip fast das Gleiche, muss sie aber nicht diskretisieren, denn ich kann sie direkt auf den Analogrechner abbilden. Also, diese mathematische Gleichung, da tippe ich in mein Computeralgebrasystem ein, dann macht mein Computeralgebrasystem daraus einen abstrakten Syntaxbaum und dann kann ich den fast eins zu eins übersetzen, in eine Ersatzschaltung für einen elektronischen Schaltkreis. Und das Ganze passiert, kann man dann auch intermediär repräsentieren, digital, indem ich das zum Beispiel in irgendeiner domainspezifischen Sprache hinschreibe, letztlich also irgendwie man serialisiere oder sowas zum Beispiel, also diese elektronische Schaltung in einer Art und Weise auf einen Digitalrechner darstelle und dann kann ich es laufen lassen auf einem echten Analogrechner, wenn ich den Chip jetzt hätte oder ich lasse es simulieren oder was auch immer. Aber im Grunde genommen würde ich es jetzt auf einen echten Analogrechner laufen lassen. Das ist Work in Progress. Daran arbeiten wir unter anderem zum Beispiel in Ulm und es ist super interessant, weil es sehr, sehr viel Digitaltechnologie involviert von der theoretischen Informatikaspekt hier von Compilerbau und sowas bis hin zu Ansprechen von Hardware, Kerneltreiber bis runter zu Real-Time Operating auf irgendeinem Controller dann am Ende den direkten Input zu machen an einen Analogrechner, wo man eben möglichst kleine Hardware ist. Also man deckt hier wirklich so ein bisschen den vollen Stack ab. Falls ihr das interessant findet, dann schaut mal ein bisschen bei uns vorbei und das Thema euch grundsätzlich interessiert. Und ich bin am Ende meines Vortrags angekommen, habe aber noch versprochen, über Hacking zu sprechen. Einen Satz will ich noch dazu sagen. Ist das Ding hackbar? Es gibt, es ist interessant, also es gibt da verschiedene Meinungen. Ich würde vielleicht daraus eine schöne Publikumsfrage machen, falls wir dafür Zeit haben. Dann müsste ich mal fragen, wir haben dafür Zeit. Okay, was ist eure Meinung? Ist der Analogrechner hackbar oder nicht? Der digitale, also der hybride. Ja, jetzt müsst ihr ein Mikro rumgehen lassen. Also hackbar ist der Zustandsraum, der nicht unbedingt nötig ist, um die Gleichung abzubilden. Also wenn du es analog machst, wo du genau die Zustände implementierst, die du auch brauchst und sonst keine, dann nicht. Jedes digitale, also Memory schreiben, Memory lesen und so, ist von übel. Das war ein super Beitrag. Danke. Danke. Also es ist ja die Frage, was die Definition von Hacking ist und also ich sehe das als kritisch-schöpferischer Umgang mit Technologie. Das heißt also, auch ein Türschloss kann ich hacken, wenn ich halt ein Sportfreund der Sperrtechnik bin. Heißt, natürlich kann ich den Analogcomputer hacken, indem ich damit was mache, was sonst keiner erwartet hat. Ja, guter Punkt. Ich meine, das ist tatsächlich ein bisschen jetzt unter dem Security-Kontext, aber ja, das ist schön. Will noch jemand dazu was sagen? Wir können auch eine Fragerunde machen, das war jetzt gerade so eine gemogelte Fragerunde. Ich persönlich würde mal einen großen Magneten irgendwie ins Spiel bringen. Schön, ja. Also die Frage ist tatsächlich ein bisschen, wie die Definition ist und ich weiß, dass es zum Beispiel Techniken ja gibt, das gehört man mit den Medien, dass man anhand der elektromagnetischen Abstrahlung von einem Prozessor, von einem Digitalrechner rauskriegt, was der gerechnet hat. Das gab schon alte Tricks, dass die Leute mit den PDP8-Radio, Musik über Radio gemacht haben und ich bin mir sicher, dass der Analogrechner für sowas auf jeden Fall empfänglich wäre, anhand der elektromagnetischen Abstrahlung zu sagen, was der rechnet. Wahrscheinlich sogar noch besser als Digitalrechner, aber ob das nun Hacking ist, das ist eine Frage, was ich damit machen will. Ja, super. Ja, zu dem, was mein Vorredner gerade gesagt hat, natürlich, ich kann den Rechner ja auch so konfigurieren, dass ich Leitungsübersprecher habe und damit mein eigenes Ergebnis beeinflussen durch das Schaltbild, das ich quasi abbilde auf die Hardware. Ja, also ich freue mich über eure Beiträge, ich sehe es genauso, also wir führen da intern auch Diskussionen und es gibt verschiedene Meinungen. Ich bin auch der Meinung, eine Attacke, wenn man sie will, ist in verschiedenen Szenarien auch möglich. Natürlich kann man sich auch Sachen vorstellen, wo der sehr isoliert ist und so und dann läuft da ja kein Algorithmus und dann ist ja irgendwie alles gut, aber ja, also man muss dann immer noch mal um die Ecke denken, denke ich eigentlich auch. Wollen wir noch eine Fragerunde machen? Gibt es denn Fragen im Publikum? Ja. Ich würde sagen, ja, es gibt Fragen. Die Entwicklung von Analogrechnern ist ja eng verknüpft mit der Entwicklung von analogen Synthesizern und dort ist man relativ früh auch auf ein Problem gestoßen, nämlich bei der Miniaturisierung. Also wenn ich zum Beispiel die Schwingung einer Violinseite beispielsweise mit Physical Modeling modellieren möchte, dann komme ich auf ein Gleichungssystem mit vielen Differenzialgleichungen und wenn ich das lösen will, brauche ich Hunderte von Operationsverstärkern. Wenn man die jetzt miniaturisieren will, habe ich das Problem, zumindest bei Bipolartechnik, dass die Rechenelemente sehr ungenau werden, weil beim Schrumpfen der ganzen Halbleiter der Gates und so weiter ja, das immer ungenauer wird. Bei CMOS-Technik ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wahrscheinlich auch. Also wie ist das mit der Miniaturisierung? Geht das überhaupt? Ja, das ist ein sehr guter Punkt und natürlich liegt da am Ende hier die ganze Arbeit begraben. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Team einen hochlinearen Multiplizierer in CMOS entwickelt und auch patentiert, der tatsächlich hinsichtlich von Genauigkeitseigenschaften und Ansprüchen da unsere 1%, die wir uns typischerweise da vorsetzen, reicht. Aber gerade so, also ich habe jetzt auch rausgehört, PDEs wurden gerade erwähnt, das Partielle Differenzialisierung, aber auch ein Ding, was ich gerade rausgehört habe, war sowas wie Übersprecher. Also auf dem Chip wird es eben nochmal deutlich schwieriger, Dinge zu entkoppeln, die gar nicht gekoppelt sein sollen. Und ja, das ist sicherlich eine Herausforderung. Ja, genau. Also da ist viel zu tun. Du hattest ja eingeleitet mit dem Klimawandel, um es mal ganz groß aufzuhängen. Und meine Frage war, also mir ist klar, dass das ein bisschen überdramatisiert war, auch um Blickfang zu haben und so, aber wie, wenn du es ernsthaft mit ein bisschen Abstand betrachtest, wie für wie wahrscheinlich hältst du es, dass das mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist? Im Rahmen des Energieverbrauchs der Digitaltechnik natürlich, klar, also das würde ich machen, dass Kühe weniger pupsen, ist klar. Aber wenn du das Ding programmieren willst, dann erfordert das ein höheres Maß an intellektuellem Aufwand, als eine Sache in JavaScript zu programmieren, behaupte ich. Und selbst damit sind die meisten Leute in der Industrie schon signifikant überfordert. Ja, das ist ein guter Punkt. Und abgesehen davon sind halt die Sachen, die auch in vieler Software laufen, ja sehr banal eigentlich. Und die Beispiele, die du gebracht hast, sind sehr viel Differenzialgleichung in Mathematik und sowas. Ich sehe da einen Wert drin, keine Frage, aber wie groß ist der Tropfen? Ja, also genau, natürlich war Klimawandel jetzt auch so die K.O.-Keule. Also den Mehrwert, also ein Break-Even sozusagen zwischen dem ganzen Mehraufwand, den ich betreiben muss, um eine andere Rechnertechnologie anzusteuern und bis sie sich auszahlt, den hat man immer, wenn man die Digitaltechnik verlässt und das verlässt, was wir gerade eben im Moment machen. Den hat man genauso beim Quantencomputing oder bei irgendwelchen KI-Systemen, die ich auch erst mal irgendwie trainieren muss und sowas, bis sie dann vielleicht irgendwann das Interessante zeigen und in dem Zuge dessen dann vielleicht auch Energie sparen im Vergleich zu einem anderen Ansatz. Das ist ja auch immer im Vergleich. Unsere Vision mit diesem Analogrechner ist so ein bisschen großspurig, dass wir den halt gerne als Coprozessor in jedem Digitalrechner sehen würden. So ähnlich wie man heute Coprozessoren verbreitet hat für Tensor-Kalkulationen im Zusammenhang mit KI beispielsweise, wo wir einfach ein enormes Potenzial sind, auch Energie zu sparen. Wird das die Welt retten? Wahrscheinlich nicht. Wird es jemanden geben, der dann die Welt damit zerstört? Wahrscheinlich schon. Also das ist ganz, es tut mir leid, aber ich glaube, also dadurch, dass Analogrechner so eine hohe Dichte ermöglichen von Rechnen, wird es natürlich auch irgendwelche Leute geben, die sagen, Mensch geil, mein Rechenzentrum verbraucht und dann 30 Megawatt. Der Preis ist mir egal, ich will auch weiterhin 30 Megawatt verbrauchen, ich packe mir das mit Analogrechner voll. Dann habe ich die 10-million-fache Rechenleistung, aber brauche nach wie vor 30 Megawatt. Damit ist der Umwelt natürlich nicht geholfen. Vielleicht ist der Umwelt damit geholfen, weil dann viel schneller irgendwelche Dinge berechnet werden, wie Rechnungen vielleicht schneller gingen oder weil damit ja grundsätzlich quasi die Effizienz erhöht wird jetzt in so einem wirtschaftlichen Speech. aber alleine jetzt mit analogen Paradigmen die Welt zu retten ist eine hohe Kante. Das stimmt, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, noch aus der Vorlesung damals, hat denn Delta Sigma Wandler auch irgendwelche Integrale mit integriert und ist ja etwas, was wir heute in jeder Soundkarte drin haben. Und ich wollte fragen, ob das ein Beispiel ist für einen ganz, ganz kleinen Analogrechner, den wir jetzt bereits heute in jeder Technik drin haben. Das ist ein super interessanter Punkt. Also was ich zum Beispiel nicht gesagt habe, es sind zwei Drittel oder sowas von den ICs und von der Elektronik, die in einem iPhone stecken, sind analog. Also es ist so, man glaubt immer, die Analogtechnik ist so von gestern, heute ist gar nichts mehr analog. Aber wir bauen ja die ganze Digitaltechnik auf den Schultern von der Analogtechnik. Die ist ja nicht weg, die ist immer noch da. Sind das jetzt, ist deswegen das iPhone ein Analogcomputer? Wahrscheinlich nicht, weil die ganze Logik und das, was es eigentlich zum iPhone macht, steckt ja in dem Digitalprozessor drin. Der ganze Logik-Kram, der ganze Analogkram, sorry, der ist ja quasi eigentlich nur der IO-Overhead, um irgendwie mit der echten Welt zu kommunizieren. Deswegen ist ein Analog-Digital-Konverter ein Analogrechner. Das wäre so ähnlich, wie zu sagen, ist ein Netzteil ein Analogrechner. Ein Netzteil rechnet ja auch irgendwie zwischen zwei Spannungen, eine Eingangsspannung, eine Ausgangsspannung. Aber man kann sicherlich ähnlich mit ein paar Gedenken dran gehen, aber ich würde es nicht einen Analogrechner bezeichnen. Aus leider aktuellem Anlass habe ich die Frage, sind Analogrechner grundsätzlich robuster gegenüber elektronischer Kriegsführung? Ja, das ist schön, jetzt gerade im Kontext mit den Beiträgen, die wir gerade eben schon hatten. Also Analogrechner sind prinzipiell mit Umwelteinflüssen, also deutlich sensibel gegenüber Umwelteinflüssen. Das ist ja gerade das Problem, weil Digitalrechnen ist super robust. Also so ein 0 und 1 irgendwo halt, ja, zu manipulieren, ist dann doch mal ein bisschen schwieriger, als wenn man nur ein kleines bisschen beitragen muss, um Wert zu verändern. Was auf der anderen Seite eben entsprechende Countermeasures erfordert. Ich würde diese Frage auf gar keinen Fall mit Ja beantworten. Also ich glaube nicht, dass Analogrechner deutlich besser sind gegen Angriff im Gegenteil. Sie sind jetzt, wenn man jetzt solche Sachen anspricht, wie sie vorher erwähnt wurden, im Publikum wahrscheinlich deutlich sensitiver. Ihr könnt euch jetzt entscheiden. Eine Frage haben wir noch. Ich habe eine Frage. Der Analogrechner, der ist ja prinzipiell anfällig gegen Umgebungsbedingungen. Wie sieht es sozusagen mit der numerischen Stabilität gegenüber Umgebungsbedingungen aus? Wenn der Rechner in einem Raum steht, der 5 Grad wärmer ist, habe ich dann ein anderes Ergebnis? Ja, auch eine super Frage. Es gibt da mehrere Sachen. Also zum einen jetzt der Begriff Stabilität, der ist definiert einmal in der Numerik hinsichtlich des Lösungsverhaltens von Differenzialgleichen und man kann ihn auch in ähnlicher Weise definieren in der Systemtheorie, also in der Art und Weise, wie man dann die Stabilität von elektronischen Schaltungen untersucht. Das ist jetzt eine rein theoretische Untersuchung. Da kann man dann sagen, okay, das verhält sich zum Beispiel gut oder das ist richtig und ähnliches. Eine andere Sache ist, was sind die Umwelteinflüsse, die die Charakteristika der Bauteile verändern? Also da haben wir einfach in der Praxis bislang noch nie erlebt, dass wir irgendwie eine Neukalibration oder ähnliches von den Analogrechnern machen mussten, die wir haben. Aber wir sind mit dem Ding weder über den Atlantik noch auf den Himalaya gestiegen und dementsprechend ist das, ja, ich sag mal, dafür gibt es Datenblätter. Ganz doof. Die sollte man sich dann genau durchlesen. Ja, danke Sven Köppel. Vielen Dank.